Hi Leute, willkommen zurück hier bei Quatschbrick World Nummer 2. Ja, ihr habt mitbekommen, gestern war die BlizzCon, ich habe es live gestreamt, ich habe es kommentiert. Und ja, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt auch, wie ich finde, einen ganz ordentlichen Post gemacht und habe mich nochmal für das tolle Feedback bedankt, beziehungsweise einfach für die tolle Teilnahme auch gestern. Und das ganze Jahr wäre nicht so verlaufen, wenn es Leute wie Moritz, Mali, Heiko und vor allem Falco nicht gegeben hätte. Natürlich alle anderen auch, aber es darf man nicht vergessen, was die teilweise eben auch machen, um mich zu unterstützen. Gerade, dass der Discord-Server nicht irgendwie einschläfend so. Ich mache da wirklich viel, aber trotzdem, das ist schon wirklich herausragend. Und ja, jetzt war halt, war es eine sehr späte Veranstaltung gestern noch, also ich war wirklich hundemüde. Trotzdem haben wir gestern noch, Falco und ich, noch ein bisschen Diablo gestreamt. Und nicht mehr so viele Zuschauer, oder fünf bis sechs oder so. Auf jeden Fall war es ganz cool und ich freue mich jetzt vor allem, heute und morgen und bis Mittwoch noch so ein bisschen vielleicht Diablo zu zocken. Und dann habe ich ab Mittwoch dann richtig in Verita einzusteigen, wie ich es auch angekündigt habe. Das heißt, Diablo 4 wird dann wahrscheinlich, ja ich denke mal bis mindestens Anfang Januar, nicht mehr Thema sein. Weil ich möchte und ich kann nicht zwei Games gleichzeitig zocken und streamen. Auch wenn das Stream ja in dem Sinne jetzt wieder weniger wird, das habe ich auch schon angekündigt. Ja, bevor ich jetzt zu BlizzCon zu sprechen komme, möchte ich nochmal sagen, dass ich mich sehr auf den Miner-Stream freue. Da bin ich jetzt schon, jetzt schon, Wochen vorher schon irgendwie so ein bisschen langsam in der, ich sag mal, Vorbereitung. Zumindest im Kopf geht da so ein bisschen was gerade ab. Mal schauen. Ich überlege mir auf jeden Fall was Cooles. Das soll auf jeden Fall ein richtig großes Highlight für dieses Jahr noch werden. Ein richtig schöner Abschluss. Weil dann war das, glaube ich, ein echt krasses Jahr. Also wenn ich mir anschaue, das ist ja dann immer Ende des Jahres dieser Rückblick, was da dieses Jahr abging. Unfassbar viel. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor in einem Jahr, glaube ich, so viel gemacht wie dieses Jahr. Zumindest kommt es mir so vor. Wir wissen es nicht genau. Gut, jetzt noch zur BlizzCon. Also an sich fand ich die BlizzCon cool. Muss aber auch sagen, dass vieles davon echt zum Fremdschämen ist. Du merkst einfach, dass ein Mike Ibarra, der Präsident, auch wenn er meint, in dem Sinne ihm ist das so emotional, so wichtig alles drum und dran. Man kann sich ja mal ein bisschen über diesen Menschen informieren. Vor allem, was der auch in diesem Jahr teilweise für Aussagen getätigt hat, hat im Hinblick auch auf die eigene Mitarbeiteranzahl. Und auch eben, was so die Einstellung der Mitarbeiter, Mitarbeiterin anbelangt. Also der hat halt einfach teilweise wirklich einen knallharten Chef raushängen lassen. Und da war mit, sage ich mal, Zuneigung zu der eigenen Arbeiterschaft nicht wirklich viel gegeben. Deswegen musste ich doch dann mich ein bisschen zurückhalten, um das vielleicht nicht irgendwie ein bisschen zu sehr ins Sarkastische abdriften zu lassen. Ja gut, wenn man kurz die Announcements durchgeht, wie gesagt, ich werde auch unter dieses Video nochmal auf jeden Fall meine Live-Kommentierung mit reinpacken. Weil das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war wirklich auch mega gehypt. Und dazu jetzt ein bisschen Eindrücke. Also am Anfang gab es ja Overwatch 2. Ich bin selbst bei Overwatch schon lange draußen. Von daher kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Ich finde aber, dass man gesehen hat, dass der Entwickler, der auf der Bühne stand, der hat das mit solch einer Leidenschaft präsentiert. Das ist nicht gespielt. Das merkt man einfach. Der ist so glücklich, nach wirklich einer längeren Zeit da was zeigen zu dürfen. Man muss sich das so vorstellen. Du bist ein kreativer Mensch. Und du kriegst die Möglichkeit der Welt, wirklich als Weltpremiere etwas zu zeigen. Das muss ein Feeling sein. Das kann man nicht mit dem Alltag beschreiben. Das kann man auch nicht damit beschreiben, dass man sowas vielleicht irgendwie innerhalb von einem Unternehmen präsentiert. Das ist was ganz Besonderes. Und von daher habe ich diesen Menschen, in dem Sinne diesen Menschen das extrem abgenommen. Und egal, ob ich zu Overwatch irgendwie stehe, ob mir das wichtig ist oder nicht. Aber da musst du wirklich, sage ich mal, das in dem Sinne auch wirklich appreciaten können. Ja, dann ging es weiter mit Diablo 4. Gut, ich höre bis jetzt nur Negatives. Ich habe jetzt so ein bisschen im Nachhinein mir ein bisschen was angehört, so was andere Leute so auch in den Kommentaren rausgehauen haben. Ich weiß nicht, was man erwartet hat. Ja, vielleicht hätte die Expansion im Sommer nächstes Jahr kommen sollen. Aber dann wiederum weiß ich ganz genau, dass da mir die Sprüche kommen wie, ja, aber die Expansion, die inhaltet ja nichts. Die brauchen halt Zeit. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, werden wir sehen. Aber Fakt ist nun mal, dass... Ich habe es immer gesagt, dass Diablo 4 nach, sage ich mal, ein oder nach anderthalb Jahren definitiv das bessere Game ist. Und ich merke es jetzt schon, dass ich in der zweiten Season viel mehr Spaß als in der Season 1 hatte. und viel mehr Spaß als zu Beginn des Spiels. Weil die Story war super und all das danach war aber definitiv nicht so gut wie jetzt in Season 2. Ich bin total begeistert. Ich spiele es super gern noch. Und vor allem Offstream, muss ich sagen, weil ich dann teilweise einfach auch ein bisschen mehr chillen kann und so. Und klar ist es cool irgendwie, wenn man mit Falco irgendwas zusammen macht. Aber manchmal finde ich es einfach cool, nebenbei einen Stream zu schauen oder eine Serie zu schauen und Musik zu hören. Auf jeden Fall so ein bisschen locker flockig für sich zu zocken und trotzdem ganz gut voranzukommen, weil eben das Leveln wirklich ganz schnell abläuft. Von daher, ja, ich verstehe den Unmut. Und doch bin ich der Meinung, also ich freue mich heute Abend auf das Panel bezüglich Diablo 4. Ich bin gespannt, was sie auch zu Season 3, vielleicht auch zu Season... Ja, weil, ich denke mal, nur zu Season 3 sagen werden. Und vielleicht sehen wir noch ein bisschen was zur Expansion. Aber dazu wird es wenig geben. Also wir werden nichts über die Klasse erfahren. Ja. Und dann war wirklich wieder fast Einschlafmodus. Ich meine, für viele ist Hearthstone ein großes Ding. Fand ich auch ganz nett, aber kann ich nicht allzu viel zu sagen. Dieses Warcraft Rumble geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Ich habe da einfach nichts mehr zu tun. Ich finde auch nervig, dass man da auch in WoW-Retail dauernd mit irgendwie genervt wird. Da wird man förmlich durchbelästigt. Aber na gut. So, und dann kam halt Warcraft. Und ich möchte wirklich sagen, nicht World of Warcraft, sondern Warcraft. Denn das, was da präsentiert worden ist, ist ja im Hinblick auf das gesamte Franchise. Man darf nicht vergessen, es ist nicht mit World of Warcraft gestartet, sondern mit Warcraft. Es ist ein Franchise, was in dem Sinne durch ein RCS damals in die Welt in dem Sinne gerufen worden ist. Das heißt, es ist dadurch geboren worden. Das vergisst man sehr schnell, weil man immer nur an WoW denkt. Aber es ist mit Warcraft, mit den Echtzeitstrategiespielen damals in dem Sinne entstanden. Und einen Chris Madsen wieder auf der Bühne zu sehen, das ist halt... Also ich persönlich werde nie die Ankündigung vergessen. Ich glaube, es war damals Cataclysm. Könnt ihr euch bestimmt noch mal bei YouTube anschauen. Und dieser Mensch hat etwas, was all diese Persönlichkeiten, auch in John Hyde, ein ganz hohes Tier, was WoW anbelangt, was die alle nicht haben. Der vermittelt diese absolute Überzeugung, diese Liebe zu dem eigenen Kunstwerk. Denn für ihn ist es Kunst. Er hat vor allem die Hauptstory über Jahre hinweg wirklich eben auch geleitet. Und vor allem, er hat sie gespürt, gefühlt. Er hat sie gelebt. Und solch einen Menschen wieder zu sehen, der auf einmal nicht eine Expansion anspricht, sondern eine gesamte Saga hat. Die World, also die auf die Weltenseele Azeroth und Azeroth ausgelegte Saga. Das ist was Besonderes. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz darauf zu sprechen. Erstmal auf die Saga an sich. Ich finde es gut, dass sie ganz klar hier sagen, ja Leute, wir möchten Storytelling, was stringenter ist, was schneller abläuft, was in dem Sinne wirklich auch so eine Art roter, wirklich einen roten Faden ausmacht. Und nicht wie bei Shadowlands, dann ist man da in den Schatten landen und dann kommt da irgendwie so ein komischer Jailer. Und dann ist es irgendwie mit Sylvanas. Und Sylvanas hat dann ein bisschen wieder irgendwie was mit Anduin zu tun. Und das ist alles so ein Wischiwaschi. Und sie sagen jetzt endlich, wir wollen euch eine Geschichte erzählen. Und eine Geschichte, die sich in dem Sinne so groß erstreckt. Und deswegen reicht eine Expansion einer Erweitung nicht aus. Und natürlich wissen wir zum Großteil, wie das weitergehen wird. Das konnte man auch schon vorher erahnen. Dass halt der nächste Schritt, das mit Xalathas sein wird, das war absolut offensichtlich. Wo das Ganze jetzt spielen wird, ob es jetzt in dem Sinne mit den Neruban zu tun hat, wie es jetzt aussieht mit Ashka-Hed und so. Also das ist ja eher zweitrangig. Aber wir wussten, Xalathas wird ein Thema. Wir wussten, Iridikon wird ein Thema. Wir wussten, auch wenn ich immer wieder gehört habe, es wird 10.3 geben. Ich habe gesagt, nein, das geht sich von der Zeit nicht aus. Es wird keinen neuen eigenständigen Raid mehr geben in Dragonfly. 10.2 wird mit Furuk in dem Sinne beendet. Und das wussten wir alle. Und trotzdem ist es ein anderes Gefühl, dass Blizzard jetzt wirklich mal, sag ich, die Hosen runterlässt und sagt, Leute, so wird es aussehen. Erst Xalathas, danach die Void und dann in dem Sinne noch die große Frage, was ist mit den Titanen? Und natürlich, wir wissen zum Großteil, wie das weitergehen wird. Wir wissen es, es wird sehr, sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass der große Reveal in der letzten Expansion dieser Saga, also sprich in dem großen Finale, in dem Sinne erläutert wird, nämlich, dass die Titanen am Ende nicht die Guten sind. Dass das nicht die sind, die sich wirklich die ganze Zeit um uns gekümmert haben, um uns auf dem Planeten Azeroth und denen auch die Weltenseele eigentlich scheißegal ist, sondern sie wollen einfach eine Zeitlinie, in denen sie letztlich gewinnen und in denen sie die Stärksten im Universum sind. Und nicht die Leere und nicht das Licht und nicht das Leben und nicht der Tod, sondern sie. Sie alleine, die Titans, die Ordnung und auch nicht die Disorder, also hier Burning Legion mit Sargas und so. Nein, die Titanen wollen ihr Ding durchziehen. Und das ist halt schon seit Jahren eigentlich wirklich offensichtlich. Aber dennoch finde ich es wichtig, und ich habe mich da sehr oft auch an Final Fantasy XIV erinnert gefühlt, dass sie sagen, ja Leute, aber wir wollen, dass ihr das in dem Sinne auch spürt. Ihr sollt das im Spiel spüren. Ihr sollt dafür keine Comics lesen. Ihr sollt keine weiteren Bücher lesen, sondern ihr sollt das wirklich im Spiel selbst in dem Sinne erleben können. Und natürlich hilft ein Expansion, also ein Expansion-Trailer, so eine Cinematic, das hilft natürlich, um dieses Feeling zu bekommen. Aber dennoch ist es super wichtig, dass du wirklich eben, wenn du dich darauf einlassen möchtest, dass du auch die Möglichkeit bekommst, das im Spiel selbst zu erleben. Und da sind sie auch in Dragonflight auf einem richtig guten Weg. Es gibt einige Cinematics, die von mir aus eben keine Render-Cinematics sind, aber also in Game-Cinematics eher. Und dennoch, auch da kam eine gewisse Werft drüber, eine gewisse auch Ernsthaftigkeit, so etwas Episches. Und ich glaube, dass diese World-Soul-Saga, die sich also wirklich auf die Weltenseele bezieht, dass sie ein großes Ding wird. So, jetzt schauen wir uns dann noch The War Within an, also sprich das erste Add-On. Ja, da muss man ganz klar sagen, meiner Meinung nach, das hört sich ganz nett an, aber es gibt keine großen Features. Und das kann auch sein, dass sie sagen, dass diese Saga, dass dieses Storytelling in dem Sinne einen größeren Stellenwert bekommen soll. Und dadurch wird es vielleicht eben bedeuten, dass es dann eben nicht jede nächste oder übernächste Expansion eine neue Klasse gibt. Oder, weiß ich nicht, ein grundlegendes Systemdesign, also was irgendwie was wirklich Großartiges mit sich bringt, sondern dass sie einfach sagen, wir machen Features und die bleiben in dem Sinne, wie hieß es hier, evergreen-mäßig. Also sprich, die bleiben einfach über die nächste Zeit hinaus. Also nicht nur für die nächste Erweiterung, sondern einfach auch über die nächsten Erweiterung gesehen. Also sprich, für die Zukunft und nicht nur für die Gegenwart. Von daher, da muss man mal gucken, ich in Xaltas, also erstmal zum Titel, The War Within, ist ja klar, der Krieg innerhalb bezieht sich ganz klar auf den Konflikt unter der Erde. Es geht also um die Neruba und es geht in dem Sinne vor allem darum, dass du Underground Zones, also sprich Untergrundzonen hast. Und dass du genau das, was wir aus den Zarak Caverns kennen, also aus diesen Höhlen in Dragonflight, dass wir auch in dieser Unter-der-Erde-Region, dass wir dort trotzdem uns in dem Sinne wie in einer offenen Welt fühlen können. Und das Schöne ist auch, dass wir zwischen den Zonen, in dem sie hin und her fliegen können, dass dieses Dragonriding, also das Drachenreiten, was ganz klar Dragonflight eben auch ausgemacht hat, dass das jetzt voran- oder weitergeführt wird. Und dass es eben nicht mehr darum geht, dass du bestimmte Drachen dafür hast, sondern das kannst du in dem Sinne Dynamic Flying, also sprich, dass du jede Art von Flugmount nutzen kannst. Das sind halt so Sachen, ja, das ist ganz cool, aber Xalathas als Endboss der Expansion, natürlich, ich denke mal, das ist der letzte alte Gott. Und es wird halt gesagt, so nach dem Motto, Xalathas, also sie haben nochmal gesagt, das war in dem, in diesem Deep Dive Panel, die Old Gods, die alten Götter sind tot. Und weil Xalathas hat natürlich vor, so nach dem Motto, irgendwie so eine eigene Armee aufzubauen und sie ist eben die Harbinger, also sie ist in dem Sinne die, die eigentlich die Vorhut darstellt für die Void, für die Leere. So, das heißt, nachdem wir es also mit Xalathas zu tun hatten, und es wird ja gesagt, wir sollen in dem Sinne, wie hat das gesagt, indiscriminable justice, dispend indiscriminable justice, also wir sollen in dem Sinne die Gerechtigkeit jetzt in diesem Walten walten lassen und damit ganz klar, in dem Sinne Xalathas besiegen und damit dann eben das erste Kapitel abschließen, das zweite Kapitel aufmachen und da geht es eben darum, dass wir es dann mit der Lehre zu tun haben. Aber dann sollen wir in die, also in die alte Welt, also sprich in eine Welt zurückgebracht werden, also ich verstehe das nicht ganz genau, wir müssen sehen, ob das eine Art Zeitmaschine sein soll, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sollen wir zurück in die Zeit von Keltalas, wir erinnern uns, also als es noch die Hochelfen und so gab. Ja, und da geht es wirklich um den absoluten Konflikt zwischen Licht und der Leere, Light versus Void, eigentlich der ultimative, der ultimative Kampf und eigentlich das, was eigentlich immer das letzte von WoW-Dasein darstellen sollte. Aber auch wenn wir das beendet haben und es heißt ja, dass das Licht für immer die Leere besiegen soll, was ich immer noch ein bisschen schwierig finde, weil das Licht ist auch extremistisch. Auf jeden Fall wird dann gesagt von Chris Madsen, hat er nochmal betont, naja, aber auf Azeroth, auf unserem Planeten Azeroth, da funktioniert das nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, es kommt anders und es geht dann im letzten Kapitel, das heißt in der Erweiterung 13.0, geht es dann in The Last Titan, also der letzte Titan, wobei ich glaube, dass das eher auf The Last Titan, die letzte Titanin ausgelegt ist. Ich persönlich glaube es zwar nicht, aber ich glaube, es spricht vieles dafür, dass Azeroth, Azeroth, die Weltenseele, die ja gerade noch schlummert, die wacht ja gerade langsam auf. Das heißt, ich will noch ganz kurz erläutern gleich, auf jeden Fall, dass diese Titan, sagen wir mal, diese Weltenseele, dass sie wirklich The Last Titan, die letzte Titanin darstellt, weil ich glaube, nur sie alleine ist in der Lage, die Ordnung in Anführungsstrichen durch die Titan, sprich durch Amantul, zu beenden. Denn das, was die Titanen nicht nur mit unserer Welt machen, sondern eigentlich mit dem gesamten Universum unserer Zeitlinie, ist nichts anderes, als dass sie uns ausnutzen. Und ich glaube, wir brauchen letztlich die letzte Titanin, The Last Titan, um das Ganze zu beenden, um hier für immer und ewig in dem Sinne zumindest diese Saga zu schließen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur kommenden Erweiterung, die wird in dem nächsten Jahr, also in dem nächsten Jahr erscheinen, ich denke mal so wieder November rum. Und man sieht Anduin, also Anduin und Thrall, und Thrall scheint wieder War Chief, also wieder Kriegshäuptling zu sein. Und Anduin, naja, man sieht halt förmlich, wie sehr er gelitten hat, Sylvanas, was sie ihm angetan hat, die ganze Geschichte mit dem Jailer, dass er halt wirklich nur eine Marionette wurde, dass er nicht mehr kein König mehr war, sondern dass er einfach alles verloren hat. Dass er auch die Hoffnung in das Licht und so verloren hat. Und in der Cinematic wird halt klar gezeigt, dass Thrall ihm halt diese Hoffnung zurückgibt. Und dann sehen wir meiner Meinung nach aber auf eine sehr gute Art und Weise, dass die Weltenseele, nämlich die, die ja sonst immer nur über Magni indirekt kommuniziert hat, dass die jetzt direkt in Form von Visionen wieder versucht, in dem Sinne die Helden, in dem Falle ganz klar Anduin und Thrall, zu rufen. Weil sie ruft davor, also sie warnt vor dem Dunklen, vor den Schatten, vor dem Bösen, was da auf sie zukommt. Und damit ist halt erstmal Xaltas gemeint und dann ist damit die Leere gemeint. Und ich glaube auch, dass am Ende damit vor allem die Titanen gemeint sind. Und das ist gut, es ist gut, dass Blizzard einfach mal ganz klar und offen und ehrlich sagt, das ist unsere Roadmap, kein Leak. Sonst hattest du immer diese Leaks, die schon sagen, in zwei, drei Jahren sind die und die Expansions gedacht. Sondern hier haben wir es offiziell, das ist unsere Roadmap, das ist unsere Roadmap für unser Storytelling, wie wir es uns vorstellen. Und sie haben klar angesprochen, sie wollen einen neuen Approach, einen neuen Ansatz. Sie wollen, dass das gesamte Franchise und vor allem die Liebe und die Leidenschaft und letztlich eben auch diese Bedeutung dieses Franchises, dass all das in dem Sinne auf eine Art neue Ebene gebracht wird. Das heißt, dass die letzten 20 Jahre World of Warcraft, das wird ja dann im nächsten Jahr so sein, dass das halt dann wirklich in dem Sinne abgeschlossen wird und dass wir dann uns in die Zukunft begeben. Aber ob das alles so toll ist, wie es sich anhört, wir werden es sehen. Naja gut, und dann zu guter Letzt eben, was WoW anbelangt, eben ganz klar Cataclysm Classic. Ja, war zu erwarten, bin ich gespannt, wie es wird. Die Veränderungen könnten interessant werden. Und Classic plus in so einer Art Season-Thema, ja, weiß ich nicht, ob ich das cool finde. Ich glaube, es ist ganz lustig, ich glaube, es ist so ein Funding, aber ich glaube, mehr ist es halt auch nicht. Ja, von daher, die BlizzCon war für mich deswegen so schön, weil es halt, auch wenn es noch dauert, es ist ganz klar ersichtlich, dass Diablo 4 eine stetige Verbesserung, ja, ereilen wird. Aber vor allem war die BlizzCon für mich eine Person, nämlich Chris Madsen. Ich habe diesen Menschen in den letzten Jahren wirklich extrem vermisst. Und wenn ich einen Steve Denuser da sehe, da stehen sehe, der irgendwie über die Story spricht und du merkst einfach, es ist kein Chris Madsen, er kann es nicht, er wird es nicht. Es ist einfach ein Unterschied. Und diese Person mit dieser Leidenschaft und dieser absoluten Überzeugung, wieder auf der Bühne zu stehen, wie er wirklich in dem Sinne wirklich nicht die Halle, die Crowd, also sprich die Menschen in der Halle anspricht, sondern uns als, ja, Playerbase, als Fanbase, als all die, die Warcraft eben nicht nur im Hinblick aufs Gameplay, sondern vor allem eben auch auf die Story ausgelegt, seit Jahren, seit Jahrzehnten so lieben und der uns einfach wieder diesen Hoffnungsschimmer so vermittelt, das war für mich ein absolutes Highlight. Und deswegen habe ich mich so auf die BlizzCon gefreut, weil ich das geahnt habe, dass Chris Madsen kommen wird. Und ich möchte nochmal betonen, ja, wir alle kennen die ganzen Leaks und wir hätten uns auch schon Monate vorher jedes kleines bisschen dazu anhören können, durchlesen können, aber ich habe mich gerade in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen dazu entschieden, nichts mehr, auch von meinen absoluten Lieblings-Con-Creator, nichts mehr mir anzuschauen, mir anzuhören, sondern ich wollte einfach überrascht werden, ich wollte genau diesen Moment erleben dürfen. Und ich fand es gut, ich habe es scheinbar falsch verstanden, dass der Leak wohl doch gestimmt hat mit Kazal Gar und so weiter. Aber trotzdem, für mich hört sich The War Within für mich persönlich extrem neu, frisch und anders an, kein irgendwie, wir sind mit dem Boot unterwegs und in der Karibik und... Sondern, nein, es geht unter die Erde und ja, einfach so ein bisschen eben dieses Feeling wie in den Zara-Lack-Caverns, also in diesen Höhlen da in Dragonflight. Ja, also von daher, das war es mit Quatsch-Brick-World 2. Ganz klar natürlich jetzt das große Highlight im Discon. Ich bedanke mich nochmal für, auch wenn das jetzt noch ein bisschen hin ist, auf jeden Fall für dieses sehr tolle Jahr. Ich freue mich sehr auf den Weihnachtsstream. Ich versuche wirklich da einiges für vorzubereiten, mir wirklich auch ein Konzept zu überlegen, was man da alles so machen kann und ich freue mich sehr auch auf den Adventskalender und es wird weniger kommen, das wisst ihr. All das, was geht, probiere ich und alles andere ist halt dann nicht. Aber glaubt mir, ich habe jetzt schon wieder so viel, ich bereite jetzt schon im Kopf schon wieder das nächste Jahr vor, da gibt es so viele interessante Games, worauf ich mich freue. Ganz klar natürlich New World, vor allem Final Fantasy XIV, der Weg hin zu Dawn Trail, dann natürlich Dawn Trail, die Erweiterung. Dann haben wir aber auch Cataclysm Classic, was natürlich eine Rolle spielen wird. Wir haben auch nochmal jetzt zum Beispiel WoW Classic, HC, aber dann als Solo-Self-Hound wohl, kommt schon Anfang des Jahres. Wir haben weiterhin Diablo 4, also WoW, New World, Final Fantasy XIV und Diablo 4. Das wären die großen Spiele im nächsten Jahr für mich und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da auch weiterhin unterstützen würdet, wenn ihr weiterhin den Scheißen, den sie euch geben würdet. Und ja, ich glaube, der nächste Talk wird, denke ich mal, irgendwann im Dezember stattfinden. Und da wird es vielleicht dann so ein paar mehr Informationen im Hinblick auf, ich weiß nicht, mal gucken, was es dann geben wird, aber ich denke mal, ich werde gleich ein bisschen mehr bezüglich Weihnachtsstream schon erläutern können. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür und ja, das war Quatschback World 2, das ist der aktuelle Stand. Ich freue mich jetzt erstmal auf Mittwoch. Ich freue mich, die nächsten Tage noch ein bisschen Diablo zu zocken, dann aber ab Mittwoch dann richtig in 10.2 in WoW Retail einzusteigen. Wir haben eine Community, eine In-Game-Community, das ist alles auf Spaß ausgelegt, aber macht super gerne mit, spielt gerne einen Plus mit, erlebt die Story in 10.2 und jetzt wissen wir, wie die Zukunft von WoW und von Diablo aussehen wird und deswegen, finde ich, sollte die Vorfreude noch größer sein im Hinblick auf 10.2, im Hinblick auf Cataclysm Classic und natürlich auch im Hinblick auf die Erweiterung von Diablo 4 und eben die Erweiterung von WoW. In diesem Sinne, macht es gut, das war es hier mit. Tschüssikowski, ich bin raus. Wir hören uns, denke ich mal, irgendwann Richtung Dezember wieder bei Quatschback World 3 dann. vielleicht vorher schon, aber ich glaube, wir gehen mal so in den Dezember, so langsam mal sicher und werden dann mal schauen, was es da Neues gibt. Tschüssikowski.